Zurück zu einer weiteren Folge. Wir suchen jetzt einen schönen Base-Bot. Und ja, auf geht's! Hallo! Mein Dodon war natürlich mit, ne? So. Dann los. Achso, das ganze Fleisch, was da drin ist. Ist hier noch Fleisch? Ah, hier im Ofen, ne? Ja, 30 Stück. Äh, Gammelfleisch, lass auf ihn. Also was, drücken wir? Hey, wir hätten hier jetzt die Holzkohle rausgenommen. Ich? Ich? Ja, kannst du mir die? Mach ich schnell. Hier ist noch Fleisch. Brauchst du was? Äh, nee. Aber ich denke hier, unser Mr. Black Knight. Brauchst noch mehr. Ich kann jetzt auch... Ich will was schon mal verrauschen. Äh, Nora. Na, die? Deine. Und da hinten. Jetzt kommt auf ihn zu. Hat irgendjemanden Narko-Bären? Ja. Ja, hab ich jetzt da mit reingeschmissen, wo du dein Müll rausgeschmissen hast. Schön. Da. Ja. 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 Wir wollten ein Baseboard suchen, und sitzen jetzt hier schon wieder 30 Minuten. Ja, ich will ja nur den Scheiß machen. Gammel, wie zum Beispiel. Gammel, vielleicht verrottet der auch irgendwann. Und wenn ein Sackmittel mit dem verrottet. Ja, das war sowieso so gern mit dem Roman. Der hinteren Kist. 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 Kannst du das noch nehmen, dann ist es weg. Das kannst du noch nehmen und abmarschen. Das kannst du mir geben, ja. Halt! Da... Wir sind ganz lieber auf die andere Seite von der Insel, hier geradeaus. Da ist ein Tech-Fahrer. Kann man einen Tech-Fahrer mitnehmen? Geht auf jeden Fall schneller, dann ein Petranodon. Wo ist ein Tech-Fahrer? Ja, bei mir. Ach da. Was? Ich musste keinen Fleischreiß aus den Beeren. beleich Mit keinem Fleischreiß aus dem Beeren. Kein Fleischreiß aus dem Beeren. Warte. Oh! 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 Ich guck mal, wie es hat den Sinn! Ich kann einen machen! Echt? Oh, jetzt verdurste ich! Dann nimm einen Bären! Felix, hast du selber? Echt das denn? Äh, ja! Ja, ich mach... Wollen wir noch einbauen? Bau jetzt! High Level! Der' hier! Was ist denn da? Wir wollen da eine Runde? Ah, ja! Wir gucken uns die Runde jetzt, warte! Wo du drei Runde? Wenn du da bist, kannst du nicht wegzufinden. Es ist nicht alles, Es hat uns... Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ja. Entschuldigung. Wollt ihr da bleiben? Kommt Luzi? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye-da. Mach nichts. Ihr solltet lieber aufpassen. Kann sein, dass Sabers hier entgegenkommen. Oh, ne. Warum? Ihr habt doch Bolo, oder? Ja. Luzi? 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 Ja. Hauptsache ich kann halt einfach nicht laufen. Hast du ein Metall? Ja. Schmeiß raus. Ja. Schmeiß raus. Mal Wasser. Wer braucht Wasser? Hier unten nochmal Wasser. Kommt mir jetzt komischerweise schon wieder fällt. Was denn? Armtrüte. Nimm ihn doch auf der Hand. Ja. Ja. Luzi? Ja. 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 Da ist was größeres als ein Pi. Oh. Das ist ein Tappajara. Genau. Sieht, macht er verflirrt. Unter sich. Nein. Im Dunkeln. Siehst du? Jetzt haut ab. Hat mich gesehen und haut ab. Auf den Dinger kannst du die Base bauen. Ich? Ja. Da ist ein grüner Stein. Wer will? Will jemand mitnehmen? Fliegen. 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 Ha. Ja. Regelbarer. Ja. Da ist ein grüner Stein. St 뿌� Chat. Farrer. Farrer regelt. Farrer macht. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Oh nein! Mein Brutus. Mein Brutus. Was? Wer ist Brutus? Mein Dodo. Der Halt. Was Kf- Au! Ich hab hier noch n De.. Ja jetzt ist hier mein St Sport. Gehe! 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 Fahrer! Wo seid ihr denn? Komischerweise ist der Para weg gewesen. Der ist bei mir und killt die Fliegen. Wurde die ganze Zeit angegriffen und da war aber... Ja ich wurde auch angegriffen. Wir wurden alle angegriffen. Was ist das denn, ja. Wow. Hier, willst du auch so einen Hut haben? Mist, willst du auch so einen Hut haben wie ich? Hm, wo bist du denn, was für einen Hut? Hier, ich schmeiß dir das Kind raus. Nein, freu nicht. Okay. Den habe ich selber vorne rausgeschmissen. Ah, das Kind ist doch geil. Da muss ich gucken, da ist ja irgendwo drin. Ah, nee das war es ja gar nicht du, meinst du den, den Marvin auch hat? Nein, den ich habe, den Hut. Ach so, ach so einen Cowboy-Hut. Ja. Sieht doch gut aus, oder nicht? Bist ein Cowgirl. Cowgirl 3. Ich bin ein... Monster. Habt ihr da gelootet, das Ding? Nee, da ist Kacke drin. Stein und so. Echt? Narkomittel? 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 Oh, warte. Können meinen Körper auch zerschlagen, ne? Ja, es wird dunkel und das ist hier schon wieder alles. So. Wir sind immer noch am Strand, wir müssen da lang. Halt. Dann soll ich meine Händigkeit mal hochgeschrauben. Aktion. Hoch. Da. Halt. Der da. Das? Ja. Hoch. Ja, hochdrehen. Nach rechts drehen. Das? Nee, das bringt auch nix. Aber du musst es anwenden und so. Aber ich hab das eingestellt bei dir. Wie lange bist du denn jetzt schon? Was? Wie viel Zeit? Weiß ich jetzt nicht. Bei mir bringt das auch nix, wenn ich das ganz hochdrehe. Mösschen? Ach, wir zu schieben! Ey! Ey! Kann ich. Ey! Hey! Hey! Ey! 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 Ey, ey! Ey! Ja, immer den Feierfeuer. Ich bin im Nachhausehaus mit. Warum ist es kalt? Warum ist es kalt? Weil wir im Eisgebiet sind. Wer uns auf die ganze Zeit so halten? Äh, können wir uns hier für die Nacht ein Lager aufschlagen? Hä, was willst du denn aufschlagen? Wir haben doch Fackeln. Ja, damit wir nicht erfrieren. Ach so, ja, da reicht doch ein Lagerfeuer. Ja, ja, deswegen sag ich ja ein Lager aufschlagen. Kann jemand bauen? Oder müssen wir das sammeln? Ah, alles Gute. Warum geht meine Flasche nicht voll? Ich sterbe hier wegen irgendwas. Ja, weil du da feierst. Ach so, doch, die ist schon voll. Bin ich doof. Ah, hier. Lager. Ja, komm mal gleich. Ah, hier. Daher, holz, holz, komm mal. Mal, wir schmeiß mal Salz rein. Ja, so, Holz. Ja, so, Holz. Ja, so, Holz. Ja, ich sag es! Ich liebe dich. Da war du warm. ist hässlich dein spielcharakter ist hässlich es ist richtig hässlich was ist denn daran hässlich guck dir doch mal den line side ice an von vorne der sieht aus wie so komisch das alien er hat drauf geschissen und dann kommen auch noch die dicken die dicken augenbrauen und dieser komische gut Es wird wieder hell, wir können gleich weiter. Wir hätten doch Lust, da hätten wir solche komischen Vögel für die Rückführung durch die Lüfte gleiten können. Kohl da oben. Herbe Baum. Weil es diese Vögel gibt, weil dafür brauchen wir, die es hier nicht gibt. Holz, Kohle, Gammelfleisch, alles wichtig. Arsch, du bist ein Frostzeichner, Mann. So, ist ein neuer Tag. Hier ist immer noch kalt. Das Schlimme ist, da hinten wird es noch kälter. Wir müssen genau da durch. Meiner säuft nicht. Meiner säuft hier kein Wasser. Ähm, was? Was? Wer wird hier angegriffen? Ach, Pharah, Pharah von Piranha. Schön, der ist auch gleich tot, ich habe keinen Sperr. Kommt er jetzt hier lang? Ja, kommt. Komm, 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 komm. Genau, sie ist... Oh, halbe Leben weg. Was? Wer ist denn... Wer ist denn... Wer hat denn noch Folgen? Wieder hinter der Reihen. Ja, hab ich doch gesagt, der Stift. Wer hat denn noch Folgen? Ja, ja. Warte, ich muss mal ein paar Sperre machen. Und den Rest gleich rausschmeißen, sonst kann ich nicht laufen. Was? Hast du keine Pfeile mehr? Hm. Doch, fünf. Äh, fliege, 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 fliege. Warte, ich bau den neu. Ich muss gar nichts tun, was macht uns... Hm. Was? Was wehrenst du? Was wehrenst du mir, ich fähre? Ja, ich fähre nicht. Was hast du? Was wehrenst du mir, ich fähre nicht? ganz stark der Meinung, der Parasaurus das mir folgt und das irgendwer ich hab keine Ahnung wer, ich will auch niemanden unterstellen aber dass er den gepfiffen hat, dass er da reinrennt ich hab ich nicht ich hab nichts gemacht oh, hatte der nicht Metall und so? ja wenn du den haben willst, bitteschön, greif mal an ich verteidige dich nicht ja ja, aber dann kriegst du nicht außerdem, guck mal da, da ist die Fliege wützig so, wer wollte verälder, du? das hast du noch äh was, 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 wie viel? hier, wütig wie viel hab ich dir gegeben? willst du? hau ab hier hier, fliege, direkt vor mir ja, ich hab Hunger ja, ich hab Hunger hey, lachst du jetzt? Mist genug 46, glaub ich okay gut, ja oh, hier ist noch ne Fliege ja, du dich lachst, 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 lachst zum glück M-R-S, Abkürzung für Mrs. Warum heißt du Mrs. M? Du heißt Mrs. M. Mrs. R チャー Jaa Mr. Wenn dann M-R-S, Abkürzung für Mrs. Ich bin einfach nur Sportlich Ich bin einfach nur Sportlich Warte bitte Ja, du bist sportlich. Trudern, 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 rückwärts. Ach stimmt, du bist ja, ja, stimmt, du bist ja freundlich, Mrs. Da ist ein neuer Parabasor. Ein Parabasor. Ich habe keinen Tag, aber das ist egal. Alle sind wie ein Bordarm, ne? Ja. Ich habe ja noch nicht gerade Bären rausgeworfen. Alles gut, ich habe noch viel. Ich habe auch noch ein paar. Und ultra viel Fleisch. Naja, ultra viel, aber auf jeden Fall viel. Da kannst du doch jetzt hier reinschmeißen. Was wir auch langsamer wieder auf dem Feuer legen müssten. Weil ich keine Freschen habe, drei Stück. Ja, ich habe ja noch nicht mehr. Nein. 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 Äh, mach euch ja mal eben Lager. Könnt ihr euch mal schnell ein Lagerfeuer bauen? Ich guck mal da hinten. ja mach mal noch ein Paarer äh und hier Wärere fliegen und Rodon war der schon fertig? Wolltest du nicht ein Lagerfeuer bauen? Na hier ist genug doch mach zwei mach zwei setz doch einfach geht darum dass ihr was zum Futtern riecht der ist nicht so werden den genannt benannt Rosi hast du den? ja ja Rosi hat dein Telefon das ist ein Lied ok dann lassen wir jetzt das Fleisch durchlaufen ja das Fleisch und sehen uns in der nächsten Folge wieder danke fürs zuschauen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal